Ja, heute am 10. Oktober 2021 in der Mittelallee beim Flomacht. Dann haben wir hier einen Feuerwehrwagen. Also die Feuerwehr passt doch auch, dass der Abflussgeräte auch nicht rennt. Und dann kann der mich auch nicht verklagen, weil ich ein Eiabfall habe. Ist auch nicht zu verkaufen, ist kein Spielzeug. Ist ein echter Feuerwehrwagen. Scheint so zu sein. Ist ein echter Feuerwehrwagen? Ja, ja. Also nicht zu verkaufen, gehört noch zum Flomacht dazu. Was wäre denn Ihr Gebot? Und was ich biete für so ein Fahrzeug, was kosten Sie was neu? Na, das müssen Sie jetzt aber wissen. Gute Frage. Gute Frage? Mehrere hunderttausend Euro bestimmt. Ne, so viel habe ich nicht. Und ihr seid dazu da, wenn der Bratwurstgrill brennt? Also nicht nur den Grillmann. Egal was brennt. Das ist ein ernsthaftes Video jetzt. Egal was brennt. Egal was brennt. Egal was brennt, dann löscht ihr, ne? Genau. Ja. Ja. Also ein echtes Feuerwehrauto. Auf dem Flormann. Und wo kommt das Wasser dann her? Ja. Wir haben hier auf dem Auto 1200 Liter Wasser an Bord. Ja. 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 Ja.